Hallo meine Lieben, es gibt wieder News! Ihr kennt noch den Fall? Um Annika Schleu? Richtig. Das ging ja weltweit um die Welt. Ich möchte euch aber bitten, zum besseren Verständnis diesen Artikel selbst durchzulesen. Er ist mir einfach zu lang und ihr wisst, ich habe eine Kiefererkrankung, ja? Ja, hier sind richtig gute Detailinformationen zu lesen. Ich finde, das ist eine sehr gute Entscheidung, ja? Okay, ich werde den Link dann in die Beschreibung packen. Einmal klick, lesen und bitte, 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 bitte kommentiert den Artikel, ja? Das wäre mir sehr, 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 sehr wichtig. Mir hat nämlich eigentlich das Pferd sehr leid getan und ich finde, zu Recht. Hm, okay meine Süßen. Ich hoffe, ich kann euch gleich lesen, beziehungsweise die ein oder andere Meinung dazu detaillierter wahrnehmen, ja? Okay, bis dann und Grüße zum Pferd. Ich hoffe, ihm geht es gut und er isst bester Gesundheit. Bis dann. Tschüss.